Das ist deine gängige asketische Methode, soweit ich weiß. Seid bloß, Levy Strauss. Die Schamanen, die überglühenden Kohlenaufen, nur anders. Ihre Symptome werden verpflegen wie Vögel von einer Vogelscheusche. Das kann heiß werden. Setzen Sie mir mal Ihren Hut auf. 20 Minuten, dann holen Sie mich hier raus. Verstanden? 20 Minuten.